So, jetzt sind wir wieder in unserem Stutzmatt und bei dem Motz. Heute geht es um die Eiferbergwacht. Das versuche ich jetzt mal mit Daniel, die hier irgendwie hinzukriegen. Er ist schon am Arbeiten und ja. Ja, fest hängt man. Ich mach das jetzt mal zusammen, weil allein hab ich das... WAH! Sorry. Ich hab's kapiert, wie das funktionieren soll. Ich fahr schon mal auf die 8 hoch. Jep. Wenn ich nicht grad hängen gehöb. Ah ok, man kann hier wirklich ankoppeln. Ankoppeln. Ja, wie soll ich diesen Teil sonst ziehen? Also ich wär eigentlich für Trecker, aber... Das Gido ist schneller. Das Gido kann schon kontrollieren. Ja, muss halt nicht mit Vollgas fahren. Hey, du bist aber schon gemeint. Danke. Ich tu mir jetzt nicht wecker, mir wird es zu blöd mit dem Ski, du. Ne, ich stell mich auch nicht grad besser an. Wenn du sehen würdest, heißt... Oh, du gehst denn so? Ah ne, du bist schon weg. Hey, was machst du mit dem Flugzeug? So, jetzt schau ich mal, ob ich mit Deutz weiterfahre. Ne, Deutz? Achso, der Orang, ne. Ich dachte schon, hier schlafen. Lass mal hier vom Parkplatz auch starten, ne. Oder ne, da kommt mal. Hä? Ich weiß nicht, wo man die starten soll. Ich hab keinem ganzen Schimmer mit, wo man die starten soll, hier. Das ist doch mal. Ich komm nicht zwischen den Laternen durch, irgendwie. Reg mich nicht. Du musst dich auch nicht, aber man muss nicht rangieren, ne. Danke. Damit bin ich ja wohl der Meister. Hm, ich auch. Dürfte ja nicht. Ich penn grad zwischen dem Felleingang und der Terre, ne. Und der Hotelangeil. Oh. Scheiß. Flugzeug. Juhu, ich mach hier wieder mal den. Ich denz mal wieder ab. Auf der Stelle. Ich bin zwischen zwei Laternen durchgekommen. Wow, Applaus. Flugzeug im Schlecktau. Und jetzt hast du mich auch gehängt. Ja. Weil ich, ich bin auch nicht grad besser. Ich häng mich auch nicht. Schade, dass ich dich nicht sehe. Ja, ich bin froh. Oder mach mal so, ich warte auf dich und du fährst vor. Okay. Ich schau dann immer brav nach hinten. Ich will mal schauen, ob man den Flutzeug mit dem Skito hochkriegt. Hallo? Okay, Motor läuft. Ich kann überhaupt nicht mehr fahren, krass. Ey, was ist das? Okay, ich bin doch für Skito. Warum denn? Äh, mein Trecker fährt nicht mehr. Benzin alle? Ich hab den grad neu gekauft, da war er voll. Ne, kann doch sein, dass ich bei mir der Prinz nicht mal warten darf. Wo steht der Trecker? Nö, inzwischen ist er wieder verkauft. Lol, ich kann mit meinem Skito unter dem Flugzeug durchfahren. Jetzt warte mal, ich geh mal schauen wie der fliegt. Ich hab eben keinem lassen Schimmer, wie man die Peipe hochkriegen soll. Ich hab keinen blassen Schimmer, wie ich mit dem Skito weiterfahren soll. Ich auch nicht. Hä? Ich weiß echt nicht, wie der Mod geht. Ich hab schon mal gesucht, aber ich hab nichts gefunden. Hä? Hallo? Meine W-Taste steht. Ja? Was? Liegt irgendwas im Weg, irgendwas Unsichtbares. Was? Aber... Ist so. Ich kann nicht mehr laufen. Im Flugzeug. Ich sitz im Flugzeug drüber, ich bin hier. Ja, wo du bist? Hinter dir. Ja, wo du bist, weiß ich. Ja, also. Och nö. Wie siehst denn du aus? Ganz verschmierte Wacken hast du. Jetzt geh dich mal waschen. Was? Der ist halt nun mal im Kuppenblut. Was hängt dafür, wenn ich den jetzt hier aussehe? Drehen sich die Propeller irgendwie? Nein, na. Hey, ich hör den Motor irgendwie... Ich hör den Motor laufen, aber es kommt eben nicht. Ey, was ist das? Ähm. Für ne Verarsche. Nummer 8, da vorwärts, fickt mich Nummer 5... ...hutwärts. Und mein... Das hat er auch. Ja, was macht er denn jetzt? Das ist ja Mord. Ja, mein... Mein Skidus geht. Und hier auch. Ey, ich kann nur noch Schneebälle werfen. Und hüpfen. Ja, das ist mir auch so gegangen. Ey, was ist das? Ich kann nur auf der Stelle drehen. Ja, muss man in Skidu einsteigen versuchen. Mach... Geht bei mir. Ich kann doch anhängen, aber... Ich kann auch Bilder machen, aber ich kann nicht fahren. Aha, ich kann nicht fahren. Hey, bei dir laufen die Propeller irgendwie. Was? Bei mir laufen die Propeller? Ja, weil ich mich anhänge. Bei mir läuft auch nix. Natürlich, ich sehe das, wenn ich im Speedtruck sitze und dann... Wir laufen keine Propeller. Doch, ich sehe das. Aber ich nicht. Ja, ich auch nicht. Weil ich gerade auf der Stelle stehe. Hey, das ist einfach nur Scheiße. Was ist denn mein cooler Computer los? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Warte mal, ich gehe kurz raus und komme wieder rein. Boah, das kann doch nicht wahr sein. Boah, das kann doch nicht wahr sein. Der Mod tickt doch nicht mehr richtig irgendwie. Ich habe auch schon mal auf den Mod zu spielen. Wie viele. Ich hatte gesagt, die Mod geschlagen. Alle unsere Mods fehlen. Ja, ich weiß nicht, was mit den Mods los ist. Oder was mit dir los ist. Ja, aber ich hatte einen Mod bei mir schon... äh, schon haben wir nicht entstanden. Ja, vielleicht geht es ja auf Solo, ich versuche mal auf Einspieler, ob der geht. Nee, ich habe ja auch schon mal mit Einspiel versucht. Ja, vielleicht geht es bei mir. Warum soll es bei dir funktionieren, wenn wir nicht? Weil ich das mit Service Tech 3 habe und du erst Windows 7. Ach, das heißt erst Windows 7. Ja, erst erst. Halt, eben erst erst. Das ist jetzt total. Okay. Hey, im Einspielspieler geht es bei mir. Du kommst voran? Ja? Ach, nö. Stell dir vor. Okay, dann versuche ich das jetzt auch mal. Ich fahr grad durch die Straße. Und ich brech jetzt das Spiel ab und geh auch mal in den Einzelspieler. Ja. Okay, ich... Ach, scheiße, ist ein Dreck. Ich fliege sicherlich in den Himmel, aber ich fliege... Anstellen... Ach, nö. Abgestört? Ich vermisste auf der Piste. Nö. Ja, okay. Auf der Piste lass ja auf jeden Fall gut starten, wenn du von oben nach unten fliegst. So. Wo ist das... Fliegen, du? Hässliche Flugzeug. Ne, ich such grad in meinem Shop das Flugzeug. Oh. What's? Ja, das hab ich. Sturzflug. Ah, jetzt komm ich auch voran. Okay, der Schatten ist nicht originalgetreu versetzt, das ist schon mal gut. Scheiße, Mann. Hä, was? Ich bin gegen die Luft angeknallt. Genau. Genau. Bitte in meinem Flugzeug stehen. Danke. Gib Gas. Ach, kaum so ne Scheiß. Ja, genau. Ich drehe mich in der Luft. L.O.L. So. Ey, ich komm hier aus dem Scheiß Backbett nicht mehr raus. Nein. Das muss wahr sein. Und läuft bei dir. Ich versuch... Ja, ich komm voran, aber ich versuch nicht. Das Auto ist immer noch gut. Ne, du musst von der Straße ausdrafen, ne? Anders geht das nicht. Du musst von der Straße ausdrafen. Ich komm nicht hoch! Du musst weh drücken, um hochzukommen, das weißt du schon, ne? Ja, das weiß ich. Ja, also. Ja, mir kommt grad was. Weiß ich, der muss nicht Multiplayer-ready? Oder Multiplayer-fähig? Naja. Schon mal da dran gedacht? Ja. Ja, ganz schnapp von der Laterne gehe ich hoch und knall trotzdem noch an die Laterne dran. So. Ja, das ist auch... Hallo Hotel! Hallo Laterne! Okay, wenn du mal ein Flugkund hier sehen würdest, ich weiß, du willst dich den Arsch abmachen. Ja, ich komm überhaupt nicht in Luft. Obwohl ich weh drücken. Du musst... Du musst... Ja, du musst halt auch fahren. Ja, genau. Mein Hacker hat sich an meinen Kunden verhackt und jetzt schweb ich ihn auf meinen Kronen. Genau. Ja, genau. Du steckst statt Ruhe. Hey lol, wenn ich Gas gebe, kriegt der Flieger nach oben. Fehl ich das aber auch? Das war mir geht doch. Und bei dir? Ja, ich häng mich grad zum wiederholen mal auf. Dein Spiel? Nein. Der Flieger. Boah. Dann nehmen wir halt den Traktor und gehen voll auf die Piste. Ich komm ja nicht mal so weit, dass ich das Flieger auf die Piste kriege. Das ist ja das Schlimme. Den Traktor? Ja, das wär möglich. Ich ja zumindest. Das wär möglich. Ich schau mal. Ich schau mal in Mercedes-Benz Turbo Track 900. Oder Track 2... Setzt? Ich steig. Jetzt hol ich mir erstmal Geld. Und dann hol ich mir einen Traktor. So, und dann versuch ich, wenn es denn möglich ist, mich hier auf die Piste zu ziehen. Geht nicht, du kannst dich ankoppeln. Warum nicht? Keine Ahnung. Ich kann das Teil nicht ankoppeln mit dem einen Mod hier. Der Mod ist echt speziell scheiße. Ja, aber was wissen wir funktioniert? Nicht wissen wir funktioniert, wissen wir nicht funktioniert. So ist das. Was ist das? Was ist das? Es regt mich das Spiel aber extremst auf. Warum denn? Weil ich jetzt überhaupt keine Fahrzeuge mehr fahren kann. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay, ich hab meine Peipe angehängt. Und befindet mich nun mit dem Branchierweg auf so Piste. Auf und davon. Okay, bei mir funktioniert jetzt überhaupt nichts mehr. Deshalb werde ich jetzt das gesamte Spiel neu starten.